Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu den Digimon Adventure Episoden, dieses Mal mit Episode 33, Freunde für einen kurzen Moment. Erstmal möchte ich an dieser Stelle was zu dem Titel sagen und zwar gab und gibt es auch oft Seiten, so wie auch damals Zeitschriften, in denen der Titel als Freunde für eine kurze Zeit, ja, angegeben wurde. Das ist aber falsch, es heißt Freunde für einen kurzen Moment. Ja, ähm, eigentlich ist rein theoretisch gesehen diese Folge, könnte man so sagen, ziemlich Filler. Ja, ich meine, damit will ich sagen, egal ob man die Folge gesehen hat oder eben nicht, man verpasst nichts. Also sprich, man könnte die davorige Folge gucken, die auslassen und wieder die nächste gucken. Im Prinzip, ja. Ja, ähm, ich finde diese Folge ist halt zwar schon irgendwo nett, weil ich finde Pamkemon und Gottsummon schon okay und ich finde es vor allen Dingen auch okay, dass nicht alle Digimon, die Miotis in die reale Welt geschleppt hat, wirklich bösartig sind und irgendwie nur darauf aus sind, alles zu zerstören oder gegen die Kinder zu kämpfen, sondern dass einige vielleicht wirklich auch aus Neugier mitgekommen sind und dann eben zu ihren eigenen Wegen und Sachen nachgehen. Ja, ähm, dann, dass es auch um Matt und TK geht, finde ich okay. Ich finde es auch vollkommen nachvollziehbar, dass Matt seinen Bruder nach Hause bringen will. Allerdings finde ich es irgendwo ein bisschen komisch, ähm, TK wird doch nicht nur mit seinem Rucksack da hingekommen sein zu seinem Bruder und zu seinem Vater, oder? Ich meine, wird er nicht zumindest auch irgendwie eine Tasche oder so gehabt haben, so mit Schlafsachen oder sowas? Also ich finde das irgendwie immer ein bisschen seltsam, aber naja, was soll's. Ähm, ich finde es wie gesagt okay, dass Matt ihn nach Hause bringen will, weil sein Bruder ist ja nun mal eben auch jünger und es ist ja auch schon ein bisschen spät, aber dann kommt halt ein Streit zwischen ihm und Patamon. Und seien wir mal ehrlich, äh, es ist jetzt nicht, dass dieser Streit irgendetwas großartig, großartig verändert, weil, ja, tsch, es ist ja schon mal so gewesen, dass die beiden sich gestritten haben in Folge 22. Ich meine, es ist einfach, dass Patamon nur eine normale Frage stellt, ob es ihnen eben schwerfällt, dass sie sich trennen. TK wird daraufhin irgendwie sauer, meckert Patamon an und Patamon verpisst sich. Und letzten Endes geht es dann eigentlich nur darum, dass Matt TK und Gabumon Patamon suchen. Ja, und eben dann auf Gottsumon und Pamkymon treffen. Hier und da ist es halt irgendwie schon ein bisschen lustig, ein bisschen amüsant, teils vielleicht auch ein bisschen zu albern, kann man so sagen. Ja, und dann taucht eben Miotismon auf und der erzählt das dann in der Hinsicht, also der sagt dann zu Pamkymon und Gottsumon, dass die beiden halt die Digiritte erledigen sollen und der hat auch wahrscheinlich schon so einen Gedanke im Sinne von, das machen die sowieso nicht. Die beiden tun dann so, als wären sie bösartig und jagen sie, haben dann aber wieder keine Lust. Dann taucht Miotismon erneut auf, sagt, dass sie Lügner sind und ja, tötet sie halt. Daraufhin ist Matt sauer, sodass Gabumon erst zu Garurumon und dann zu Wehre Garurumon digitiert. Um ehrlich zu sein, ich habe die beiden auch irgendwo gemocht und konnte es dann nachvollziehen. Ich fand es auch okay, wie Matt da so wütend wurde und dass er auf Miotismon teils wirklich Hass hatte. Garurumons Ultradigitation ist ja jetzt nichts Besonderes, aber der Kampf zwischen Wehre Garurumon und Miotismon war auch, wie der Kampf davor, Metallgrämon gegen Skalmeramon, schon eigentlich recht cool, weil es jetzt nicht nur aus, ich mache eine Attacke und du bist besiegt Bestand, sondern weil man da schon ein bisschen mehr gesehen hat. Wehre Garurumon ist zum Beispiel hier und da hingesprungen, wurde auch mal getroffen, auch Miotismon wurde getroffen, dann haben es natürlich die ganzen Menschen mitgekriegt und so, das wirkte schon ein bisschen so Publikums-like. Ja, und letzten Endes, ich denke mal fast das Highlight bestand daraus, dass die Kay eingesehen hatte, dass es irgendwie seine Schuld war und Patamon, der in der Nähe war, dann digitierte. Ja, und seien wir mal ehrlich, oh wow, nach über zehn Folgen digitiert Patamon dann zum zweiten Mal in der gesamten Serie zu Angemon. Warum eigentlich erst da? Naja, lieber später als nie. Und zusammen, er rettet dann erstmal, wäre Garurumon und zusammen will er kämpfen. Und tja, dann verpisst sich Miotismon. Und ich weiß nicht, ich habe mit der Folge abgesehen davon, dass ich eigentlich so handlungstechnisch und auch Charakterentwicklung ist da gar nicht wirklich bei, kann ich eigentlich wirklich nur sagen, dass sie ein bisschen lustig ist, der Kampf gut ist und Angemon halt eben auftaucht. Aber auch komisch und ein bisschen dämlich finde ich einfach auch wirklich diesen Punkt, dass hier Miotismon teilweise schon schwach dargestellt wird, klar, er ist wäre Garurumon überlegen, okay, aber wäre Garurumon kann auch schon gut mithalten. Und hätte er sich dann nicht verpisst und Angemon wäre gekommen, ehrlich, eine Kraft des Lichtes und nochmal ein Tritt von wäre Garurumon und das wäre es dann eigentlich gewesen. Und dann finde ich das schon irgendwie dämlich, dass er sich hier verpissen tut und nicht so stark übermächtig dargestellt wird, aber dann später beim Endkampf als so, puh, ich puste mal eine Attacke weg, also so wirklich gegenüber hier als übermächtig dargestellt wird. Also das ist schon irgendwo ziemlich krass, um ehrlich zu sein. Naja, wie gesagt, letzten Endes, es ist eine nette Folge. Wer Punkymon und Gottsummon auch mochte für diesen kurzen Moment und sie amüsant fand oder so, wird dann auch TK und Matt verstehen können. Ja, aber nach wie vor ist es keine storyrelevante Folge, Charakterentwicklung gibt es nicht viel. TK und Patamon streiten sich zum zweiten Mal, das ist auch schon irgendwie nichts mehr Besonderes. Ja, und ich denke, ich finde die Folge einfach okay, aber nicht überragend. Meine Frage an euch, findet ihr die Folge sinnvoll? Hat sie euch gefallen? Wie steht ihr zu Punkymon und Gottsummon? Hätte man hier ein bisschen mehr rausmachen können? Oder, ja, findet ihr so, wie sie eben ist, einfach okay? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare.